Der frühere Box-Weltmeister Wladimir Klitschko ist mit einer Delegation aus der ukrainischen Hauptstadt Kiew hier nach Deutschland, nach Berlin gereist. Es sind Treffen mit hochrangigen Politikern für eine politische Unterstützung der Ukraine geplant, teilt es einem Bruder Vitaly. Der Bürgermeister von Kiew ist heute mit. Es geht dabei um wirtschaftliche, humanitäre und auch militärische Hilfe für sein Land. Die ehemaligen Box-Weltmeister Vitaly und Wladimir Klitschko sind hier in Deutschland sehr populär und verfügen natürlich noch immer über viele Kontakte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017